Sie hören, den Kurier. Wir nehmen die Kriminalfälle neu auf und nehmen euch auf unsere Recherchen mit. Wir suchen nach Menschen, die spurlos verschwunden sind, untersuchen Morde, die nach 20 Jahren noch immer ungelöst sind und bis heute Rätsel aufgeben. Wir erzählen die Geschichten der Opfer, sprechen mit Ermittlern und Angehörigen und recherchieren, wie wir auf neue Spuren stoßen. Drei neue Fälle alle vier Monate. Dazwischen haben wir spannende Bonusfolgen für euch. Dunkle Spuren findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Empfangen wurden sie mit gelben Schildern, auf denen stand kein Geld für Klimakiller. Die Bundesregierung hat heute in Mauerbach die Ergebnisse ihrer Klausur präsentiert. Am Eingang haben sich Klimaaktivisten von Greenpeace postiert, um für ein neues Klimaschutzgesetz zu demonstrieren. Das ist allerdings noch in der Wartesteife. Dafür hat die Regierung einige andere Maßnahmen für den Klimaschutz vorgestellt. Aber ob das genug ist, was die Regierung für den angespannten Arbeitsmarkt plant und ob die Klausur die letzte Chance für Neham und Co. ist, das Ruder noch einmal herumzureißen, das bespreche ich jetzt mit unserem Innenpolitik-Chef Martin Gebhardt. Mein Name ist Elias Nordmessnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Das Jahr 2023 ist, abgesehen von der niederösterreichischen Landtagswahl, frei von Wahlen. Zeit also genug für ÖVP und Grüne, noch viel aus ihrem Regierungsprogramm umzusetzen. Die Regierung Nehammer ist, so fair muss man auch sein, seit mehr als einem Jahr im Krisenmodus. War Nehammer zu Beginn seiner Amtszeit vor allem noch mit Corona beschäftigt, hat der Ausbruch des Ukraine-Kriegs sogar noch mehr Stress erzeugt. Bei fast 80% Gasabhängigkeit von Russland hat man zu Beginn nicht gewusst, wie man durch den Winter kommt. Es ist dann allerdings anders gekommen als gedacht. Auch dank des sehr milden Winters sind die Gasspeicher noch immer zu 80% gefüllt, die Wohnungen beheizt und kein Betrieb muss aus Energiemangel stillstehen. Die hohen Energiekosten allerdings bringen viele Menschen an ihre finanzielle Grenzen. Das Thema Energie bleibt daher weiter ganz oben auf der Prioritätenliste der Regierung, vor allem der Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber auch die Inflation und der Arbeitsmarkt werden wichtig und nicht zuletzt auch die Korruption, die ja ausgelöst durch den Ibiza-Skandal gezeigt hat, dass in Österreichs Politik noch lange nicht alles so läuft, wie es sollte. Wie also ist die Klausur verlaufen? Welche neuen Maßnahmen hat die Regierung heute vorgestellt? Und was bringen sie? Das erklärt uns jetzt Kurier-Innen-Politik-Chef Martin Gebhardt. Hallo Martin. Hallo. Martin, du kommst ja von der Regierungsklausur, wo auch Klimaschützer wieder protestiert haben. Hat die Klausur jetzt in Sachen Klimaschutz etwas Neues gebracht? Das war ja die Umweltverträglichkeitsprüfung da im Gespräch, dass die novelliert wird. Wie sieht die jetzt aus? Die Klimaschützer, die demonstriert haben, haben ja demonstriert, weil es noch kein Klimaschutzgesetz gibt. Aber grundsätzlich hat die Klausur meiner Meinung nach schon etwas gebracht. Die UVP-Prüfung wird vereinfacht. Es gibt auch viele Rahmenbedingungen, die geändert werden, damit erneuerbare Energie noch schneller, also damit Projekte noch schneller umgesetzt werden können. Da geht es um Windkraft, da geht es um Photovoltaikanlagen, da geht es auch um Biomasse, Biogas und so weiter. Und ich finde, dass da schon ein riesiges Paket geschnürt worden ist. Du hast es schon angesprochen, es gibt eine Ausbauoffensive für Photovoltaikanlagen. Wie viel Geld ist denn da vorgesehen? Ja, da wird nochmal aufgestockt. Bei den Förderungen wird es im heurigen Jahr 600 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Und was noch wichtiger ist, die Bedingungen sind vereinfacht worden. Für jene Haushalte, die sagen, ich möchte mir jetzt eine Photovoltaikanlage anschaffen, war es bis jetzt immer schwer, manchmal in die Förderung hineinzukommen. Jetzt ist neu, dass ich zum Beispiel eine Photovoltaikanlage errichten kann und im Nachhinein die Förderung bekomme. Das heißt, die Bedenken wurden aufgenommen und es wird in Zukunft leichter sein, Förderungen für so einen Ausbau zu bekommen. Da gibt es einen riesigen Rückstau eben an diesen Anträgen. Das heißt, die werden jetzt schneller abgearbeitet werden dadurch oder nicht? Die Klimaschutzministerin, Leonore Gewessler, hat das an und für sich angekündigt. Und ich persönlich glaube, wenn die Förderung, die Art der Förderungen vereinfacht ist, wird es das auch möglich sein. Es geht natürlich um eines noch, es geht auch in Zukunft um Flächen. Wo kann ich Photovoltaik, wo kann ich Solaranlagen errichten? Da wurde auch etwas für die Länder mitgegeben. Und theoretisch, so wie es angekündigt ist, müsste es möglich sein, diesen Stau abzuarbeiten. Eben durch diese UVP-Novelle, dadurch, dass man manche Sachen nicht mehr doppelt und dreifach einreichen muss. Wir haben auch gehört, eben der Ausbau der Biogasproduktion in Österreich soll geschafft werden, eben auch um vom russischen Gas weniger abhängig zu sein. Jeder Misthaufen soll ein Kraftwerk werden, hat Leonore Gewessler heute gesagt. Aber wie kann man sich das jetzt dann wirklich im Detail vorstellen? Soll dann in jedem kleineren Ort so ein Biogaskraftwerk entstehen? Erstens ist es so, dass eine Frau Ministerin wie Leonore Gewessler so einen Satz in den Mund nimmt, ist etwas Besonderes. Weil gerade die Grünen waren vor Jahren noch gegen das Biogas. Und man wollte ja auch für sich diese Art der Energieproduktion, wollte man gar nicht. Es sind damals vor Jahren etliche Betreiber in Konkurs gegangen. Jetzt aber sieht man, dass man alle Möglichkeiten nutzen muss, um insgesamt von russischem Gas oder auch von norwegischem Gas usw. weiter nicht so abhängig zu sein. Und man greift an das Biogas. Jetzt ist natürlich das ein bisschen übertrieben, jeder Misthaufen. Aber es ist die Chance auch für die Landwirte, Energieproduzenten zu werden, um einfach Abfälle zu nutzen, um Müll zu nutzen, um einfach in diese Produktion auch einzusteigen. Es wird nicht jeder Art Biogasanlage haben, aber man rechnet eigentlich damit, also man hat sich vorgenommen, dass zumindest 10% der Jahresproduktion in Zukunft über diesen Weg abgedeckt werden kann. Das wäre dann doch relativ viel. Insgesamt gesehen, dieses ganze Energiepaket, ist das jetzt der große Wurf oder gibt es auch immer noch Anlass zur Kritik? Es ist natürlich die Frage, was ist der große Wurf? Eigentlich, der große Wurf wäre gewesen, mit diesen erneuerbaren Energien, mit diesen Gesetzen und den neuen Regeln für erneuerbare Energie, dass ich da Fortschritte habe, wäre gewesen, wenn auch das Klimaschutzgesetz gleich mit präsentiert hätte, was sich ja auch viele Klimaschützer, Aktivisten gewünscht hätten. Hört man auf die Regierung, so erklärt sie, sie möchten jetzt einmal die praktischen Sachen umsetzen und auch die Erkenntnisse daraus in das Gesetz einarbeiten. Jetzt ist halt die Frage, was muss früher da sein? Alle, die erwartet haben den großen Wurf, das Klimaschutzgesetz, die sind vielleicht enttäuscht, aber Punkt der erneuerbaren Energien wurde doch einiges weitergebracht. Woran hakt es dann noch beim Klimaschutzgesetz? Gibt es da noch irgendwo Differenzen oder ist das einfach eine rein zeitliche Frage, wann das Klimaschutzgesetz kommt? Sowohl ÖVP als auch die Grünen sind sich sicher, dass es kommt, aber ich glaube, da gibt es schon noch Differenzen. Es gibt, wo wird es verankert, wie stark ist es in den Verfassungsrang und wenn es in einen Verfassungsrang bekommt, muss theoretisch auch eine dritte Partei dabei sein. Bleiben wir noch kurz auch beim Gas oder beim Biogas. Wir haben ja jetzt doch gehört, dass wir noch relativ viel Gasreserven heuer haben. Wie sind wir denn für das nächste Jahr aufgestellt? Denn hier hat es ja im Vorfeld auch vom Verbundchef Warnungen gegeben, dass man nicht nur das eine Jahr beachten muss, sondern auch natürlich das Folgejahr. Jetzt kommt natürlich dazu, dass wir einen zu warmen Winter haben. Das heißt, momentan wird aus den Gasreserven kein Gas ausgespeichert, sondern es wird eigentlich eingespeichert. Und wenn nicht noch ein komplett kaltes Frühjahr kommt, hat man natürlich im kommenden Jahr den großen Vorteil, dass die Gasspeicher ziemlich gefüllt sind. Das heißt, meiner Meinung nach wird es im kommenden Jahr sicher leichter sein, einen Winter zu überstehen oder genug Reserven zu haben, um einen Winter überstehen zu können. Wir haben es ja schon angesprochen, Energie ist ja eben auch ein großer Preistreiber. Die Inflation steigt und steigt. Was will denn die Regierung dagegen tun? Hat sie da auf der Klausur irgendetwas ausgearbeitet oder angekündigt? Gibt es hier neue Förderungen, Hilfen? Nein, das hat sie nicht. Aber sie hat angekündigt, immer neu die Lage zu bewerten. Es ist so, es wurden ja sehr viele Einmalzahlungen gemacht. Das wurde sehr viel kritisiert, die Gießkanne. Aber von der Regierung her wird das momentan so argumentiert, dass man sagt, Einmalzahlungen, dann ist das abgeschlossen. Dann ist nicht ein Anspruch auf laufende Zahlungen. Und man muss jetzt einmal sehen, wie die ökosoziale Steuerreform wirkt, wie die kalte Progression wirkt, wie viel Geld und wo dann direkt geholfen werden muss. Man hat angekündigt, man wird helfen, aber man will nicht mehr einfach mehr, so wie man es in den Herbstmonaten gemacht hat, mit einer Maßnahme, die wie eine Gießkanne, was ja auch kritisiert worden ist vom Chef des Fiskalrats, Badelt, so dass wir mit einer Gießkanne über ganz Österreich ausgießen. Du hast Badelt schon angesprochen, das war einer der Experten, die ja bei der Regierungsklausur gesprochen haben und eben gesagt hat, man muss auf auch das Budget Rücksicht nehmen. Er hat aber auch gesagt, dass es einerseits eine verstärkte Mindestsicherung braucht, also dass es hier nachgebessert werden muss. Gleichzeitig klagen aber immer mehr Unternehmen, dass sie keine Arbeitskräfte bekommen oder auch rasch wieder verlieren. Müssen da auch mehr Anreize fürs Arbeiten geschaffen werden? Und wie will die Regierung gegensteuern? Der Kanzler hat einen interessanten Satz gesagt, der ja in der ÖVP schon lange eine Ansage ist. Leistung muss sich lohnen. Er hat von den Grünen da keinen Widerspruch erhalten. Das heißt, es werden wirklich die Rahmenbedingungen, manche Rahmenbedingungen geändert werden, dass es sich lohnt zu arbeiten, dass es sich auch lohnt zu arbeiten bis zum regulären Pensionsalter. und was auch interessant ist, dass es sich auch lohnt, wenn man als Pensionist will, das wurde immer betont, wenn man will, wenn man länger arbeiten will, dass es dann sich auch finanziell lohnen wird. In Österreich gehen ja nach wie vor zu viele Menschen auch zu früh in Pension. Was ist denn da geplant? Hat da die Regierung etwas Konkretes präsentiert, damit die Menschen länger arbeiten können? Das erste ist einmal, es wird eine Arbeitsgruppe geben, wo Federführung Martin Kocher hat, Minister Martin Kocher hat, die sich genau damit den Auswirkungen, wenn irgendwo an der Schraube gedreht wird, befasst. Aber das Ziel ist, dass es zum Beispiel nicht mehr so leicht sein kann, dass ich in eine Altersteilzeit ausgeleite, blocke und dann eigentlich bei fast voller Bezahlung noch eine Zeit schon in Pension bin. Das will man eigentlich ausgeleiten lassen. Und das zweite ist, man will es einfach attraktiver machen, länger zu arbeiten. Auch hinsichtlich der Abgaben, der Sozialversicherung und so weiter. Wir sehen ja auch, dass ein Unternehmen wie die Rewe jetzt um Pensionisten wirbt, die früher im Konzern waren und jetzt als Pensionisten sich wieder etwas dazu verdienen wollen. Da ist immer die große Problematik gewesen, sobald man dazu verdient, dass man richtig viel Steuern zahlt. Ist da etwas geplant, dass man den Pensionisten auch erleichtert, wenn sie arbeiten wollen, wieder zu arbeiten? Genau, da ist etwas geplant. Das ist angekündigt worden. Man will sich das nur fiskalisch jetzt genau anschauen, was dann rauskommen wird und wie man es macht. Ein großer Punkt, der am Anfang der Klausur ventiliert worden ist, ist das Antikorruptionsgesetz. Da hat es aber heute keine Details dazu gegeben. Das hat man auf den Donnerstag verschoben und hat versprochen, dass man dann die Details nachreicht. Im Vorfeld hat man schon etwa davon gesprochen, dass zum Beispiel der Mandatskauf verschärft werden soll. Aber hat man heute vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrundgespräch oder am Gang sozusagen etwas schon heraushören können, was da kommt? Ja, was man heraushören hat können, ist, dass man sich geeinigt hat und das von der Schärfe her beim Mandatskauf, glaube ich, im Justizbereich ein bisschen zurückgesteckt worden ist. Es hat immer die Problematik gegeben, wann ist etwas ein Mandatskauf. Und da hat man natürlich bei einem Vorzugsstimmen im Wahlkampf ist das immer ganz schwierig. Wenn ich jemandem schon verspreche, wenn ich gewählt werde, mache ich das und das, ist das schon ein Mandatskauf oder nicht. Und da, glaube ich, hat man es geschafft, dass man das präzisiert hat und dass jetzt das komplette Paket dadurch durchgehen wird. Und ein großer Punkt, bei dem es sich ja immer gespießt hat, war ja auch die Parteikassentransparenz. Das heißt, welche Partei gibt wie viel Geld aus. Da gab es ja gerade auf ÖVP-Seite in den letzten Jahren öfters Wahlkampfkostenüberschreitungen und so weiter. Hat man sich da auch schon geeinigt? Wenn du gesagt hast, man hat sich geeinigt, muss ich auch hier irgendwie... Bei der Parteientransparenz, das hat speziell Vizekanzler Kogler gesagt, da ist man strenger geworden und der Unterschied ist, dass in Zukunft dann der Rechnungshof von sich aus prüfen kann und direkt in die Parteikassen reinschauen kann. Wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen vorhin. Viele haben ja auf das Klimaschutzgesetz gehofft. Auch sonst gibt es sozusagen Ankündigungen, dass etwas in einer Arbeitsgruppe mal gelagert wird. Das Antikorruptionsgesetz wird jetzt am Donnerstag nachgereicht. Täuscht ein wenig der Eindruck, dass der große Plan ein wenig fehlt oder der große Wurf aus dieser Klausur? Ich glaube, dass der Eindruck etwas täuscht. Ich glaube, dass das Ergebnis für eine türkis-grüne Regierung gar nicht so schlecht ist. Jetzt ist immer die Frage, was nennt man den großen Wurf? Die Spitze der Regierung, also Kanzler und Vizekanzler, sagen, wenn man sie darauf anspricht, was eigentlich noch fehlt. Sie haben ja theoretisch noch eineinhalb Jahre Zeit, um das alles umzusetzen. Also die sind sicher, gehen davon aus, dass sie die komplette Legislaturperiode gemeinsam regieren werden. Die Umfragewerte waren ja schon mal besser. Viele sehen jetzt hier in der Klausur oder in diesen eineinhalb Jahren, wie du es schon gesagt hast, die letzte Chance, das Ruder nochmal rumzureißen. Glaubst du, kann das gelingen? Also eines muss man sagen. Also diese Bundesregierung hat sehr viele Turbulenzen überstanden. Vom ÖVP-Korruptionsausschuss, Kanzlerwechsel und so weiter und so fort. Und hat, wenn man die Ankündigung hernimmt, es wird der härteste Winter werden und so weiter, hat es ebenfalls geschafft. Das heißt, dort ist man eigentlich sehr zuversichtlich, dass man das schaffen kann. Es wird natürlich noch einige solcher Sachen brauchen, um dann wirklich am Ende des Tages sagen zu können, schaut her, wir haben doch gut regiert und auch die Wählerinnen und Wähler überzeugen zu können. Was natürlich der Regierung zugute kommen kann, ist, dass sie sehr viel Ausdauer hat, dass die Opposition mit all ihren Neuwahlanträgen das nicht geschafft hat, früher zu wählen und dass natürlich dann die Zeit für die Opposition sehr lang werden kann und diese dann vielleicht auch genauso mit inneren Turbulenzen kämpfen muss, wie man es momentan bei der SPÖ sieht. Da sprichst du den niederösterreichischen Landeswahlkampf ja auch an. Wie ist denn die Chemie so zwischen Türkis und Grün? Ist das so, dass man merkt, dass die, es war ja nicht immer friktionsfrei, merkt man, dass sie jetzt ein bisschen zusammenrücken, weil sie eben sehen, sie haben noch die letzte Chance, in den eineinhalb Jahren zu zeigen, was in ihnen steckt? Also wenn man auch Mitarbeiter fragt, die schon bei manchen Treffen da weiter waren, die sagen, dass sie selten so friktionsfrei war wie bei dieser Klausur und man hat es eigentlich auch danach im Umgang, im gegenseitigen Umgang miteinander gemerkt, dass man wirklich schaut, dass man diese Periode gemeinsam durchzieht. Jetzt haben wir schon, du hast angesprochen, die niederösterreichischen Landeswahlen Ende Jänner. Wird das irgendetwas dann auch verändern in der Zusammenarbeit oder ist das völlig losgelöst voneinander zu sehen? Also wenn die niederösterreichischen Landeswahlen keinen Umsturz bringen und danach schaut es nicht aus, wird es diese Bundesregierung eher noch mehr stabilisieren, als wir durcheinander bringen. Glaubst du, dass die Bundesregierung ihre ganze Legislaturperiode erfüllen wird? Also nach der heutigen Klausur glaube ich das. Lieber Martin, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und wir schauen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Auch in Deutschland gehen in Sachen Klima die Wogen hoch. Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Mittwoch begonnen, den von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen zu räumen. Laut Polizei sind vereinzelt auch Molotow-Cocktails, Steine und Bürotechnik in Richtung der Beamten geworfen worden. Doch auf den ganz massiven Widerstand, den man zuvor noch befürchtet hat, sind die Beamten nach Einschätzung von Beobachtern nicht getroffen. Nach etwa zwei Stunden hat die Polizei dann die Lage als stabil bezeichnet. Nun kann in Lützerath damit begonnen werden, die umstrittene Braunkohle abzubauen. Und die starke Grippewelle hat Österreich nach wie vor im Griff. Das Zentrum für Virologie der MedUni Wien hat am Mittwoch anhand der Zahlen der Vorwoche weiter hohe Influenza-Virus-Aktivität gemeldet. Die Influenza-Impfung ist weiterhin vor allem für Ältere und für Kinder empfohlen. Bei Kindern sind diese Saison wie auch in anderen Jahren bereits tödliche Grippefälle gemeldet worden. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Aaron Ohlsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nordmessnig over and out. Passt auf euch auf.